Hallo zusammen. Wir haben heute einen älteren Herr bei uns, der in den früheren Jahren eine echte Trainerlegende war. Er heisst Hans-Ueli-Strasse. Ich bin sehr jung. Sein Wunsch war es, nochmals ein Training mit den Jungen abzuhalten. Wir sind die Auserwählten, die den Wunsch erfüllen dürfen. Das ist Tempo! Das ist der Klimawass! Das ist der Klimawass! Dann kommt hier aus dem Navas! Wenn er der Karte da ist, macht er keinen Auserwählst. Das ist die Karte! Das ist es, die Karte! Das war's für heute.